Willkommen zu einer neuen Folge Blue Alpine Kryptoanalysen. In der heutigen Folge schauen wir uns News aus dem Hause ConsenSys an. Wir schauen uns ein Blockchain-Projekt aus China an, um die Coronavirus-Fälle abzudecken. Wir schauen uns das Vice-Rating an zu Bitcoin und dann noch eine Nachricht aus dem Hause Binance. Bevor wir hier loslegen, Leute, hier für die Podcast-Hörer, ich bin gerade auf TradingView, und habe hier wieder mal ein bisschen mit den technischen Aspekten gespielt. Falls hier weiterhin Interesse besteht, einfach mal kommentieren. Ich habe hier ein paar Zeichnungen gemacht, für einige vielleicht ein bisschen unklar, für einige falsch und für andere wiederum sehr spannend. Also ich bin hier so ein bisschen mit den technischen Aspekten wieder am umspielen und wir können uns gerne wieder einmal mit dem technischen Teil von Bitcoin entsprechend befassen. Aber springen wir doch gleich in diese erste News-Story, und zwar geht es um das Unternehmen ConsenSys, das in New York ansässig ist, in Brooklyn, und die werden jetzt etwa 14% der Mitarbeiter, das entspricht etwa 80 Leuten, entlassen müssen. Grund dafür ist ganz einfach, ihnen geht das Geld aus, sie verdienen einfach zu wenig Geld, und wenn sie weiterhin überleben möchten, ich meine, das ist eine Firma, die erhält Investment, das heißt, solange sie nicht profitabel ist und selber funktionieren kann, braucht sie Geld von außen oder muss eben den Geldfluss nach außen entsprechend stoppen. Das ist nun schon der Fall. 2018 wurden bereits 13% der Mitarbeiter auch schon entlassen. Also das ist so eine typische Firma in meinen Augen, die zu der Hype-Zeit gegründet wurde, entsprechend Investment bekommen hatte, aber in den letzten 2-3 Jahren entsprechend keine gute Performance hinlegen konnte, beziehungsweise nicht gut genug, sodass man sagen konnte, ja, das funktioniert von alleine, auch ohne Investment etc. Ich glaube, das werden wir noch bei anderen Krypto-Projekten auch sehen. Konsensus wird dann nicht die einzige Plattform sein, die entsprechend Mitarbeiter entlassen muss. Vor allem jetzt setzen viele Leute auf den Bullrun. Die Frage ist, was ist, wenn der Bullrun nicht kommt? Wird das bedeuten, dass entsprechend hier viele, viele Kryptofirmen bankrott gehen? Werden einige sogar an die Börse gehen, weil sie eben so gut funktionieren? Aber ich glaube, es wird so ein bisschen etwas dazwischen sein. Viele Leute werden auf den Bullrun hoffen. Der Bullrun wird nicht kommen, wie man erhofft hat, beziehungsweise wird nicht alle mitnehmen, wie man erhofft hat und dann wird es zu Entlassungen führen. Das heißt, die Kryptowranche ist grundsätzlich nicht von Wirtschaft am Markt irgendwie entfernt. Also die gleichen Marktregeln gelten natürlich auch für Kryptofirmen und auch eine Wirtschaftskrise oder ähnliches würde entsprechend in den Kryptofirmen eine Krise auslösen. Als nächste News Story haben wir ein sehr spannendes Projekt. Und zwar gibt es eine Firma in China, beziehungsweise eine Versicherungsfirma und die bearbeiten Coronavirus-Fälle mit Blockchain-Technologie. Und zwar gibt es diese Firma, die heißt Xianghubao. Es ist zwar keine Versicherungsgesellschaft, aber eine Art Schadenteilungsplattform mit bereits 104 Millionen Nutzern. Und das zeigt wieder einmal, dass das Ausmaß oder die Größe von China, 104 Millionen Nutzer an einer Plattform zu haben, das ist riesig. Also wie gesagt, das ist mehr als ganz Deutschland und das ist dann wirklich nur eine Plattform entsprechend. Und interessant ist ja auch, dass Xianghubao im Besitz des chinesischen Finanzriesen Ant Financial ist und die nutzen ja Alipay, um eben diese Auszahlungen für diesen Coronavirus falsch zu machen. Jetzt Ant Financial ist insofern interessant, das sind auch die, die dieses Credit, dieses Social Credit System einführen möchten, beziehungsweise in einzelnen Teilen von China bereits eingeführt haben. Das heißt, das ist nicht einfach so eine kleine Plattform oder eine kleine Firma, sondern ein, ich sage mal, größerer Fisch in der IT-Welt in China. Das Ganze funktioniert eben, wie gesagt, folgendermaßen. Wer Alipay hat, und das haben die meisten, also man hat entweder eben WeChat Pay oder Alipay, kann Auszahlungen für Opfer, oder wenn man eben selber ein Opfer war oder ist oder jemanden in der Familie hat, kann man da entsprechend Auszahlungen fordern. Steht hier, Xianghubao war in der Lage, Ansprüche zu bearbeiten und Auszahlungen an die Teilnehmer schneller zu tätigen, da die Blockchain-Technologie dezentral und vertrauensfrei arbeitet. Und was ich ziemlich spannend finde, ist hier, Antragsteller können ihre Belege aus Beweismitteln einreichen, während Ermittlungsfirmen unmittelbaren Zugang zu ihnen auf der Blockchain erhalten. Und jetzt der gute Teil, alle beteiligten Parteien können den gesamten Prozess einsehen. Jetzt, wenn ich einen Versicherungsfall eingebe, weil ich, ich weiß nicht, irgendwie die Felge verkratzt habe oder so, dann ist es immer so, ich gebe den Fall ein, ich höre eine lange Zeit gar nichts mehr, dann meldet sich mal jemand von der Versicherung oder ich muss in die Garage etwas machen und dann meldet sich die Versicherung. Das heißt, es ist ein sehr einseitiger Prozess. Die Blockchain würde es uns rein theoretisch erlauben, beide Parteien an den Tisch zu bringen und sagen, das ist der Status, das musst du machen, das ist momentan im Gange, sodass eigentlich mehr Transparenz herrscht im Vergleich zum traditionellen Versicherungsfall. Das heißt, wir werden immer mehr solche Fälle sehen, jetzt leider mit dem Coronavirus als, ich sag mal, Opportunität, dass man solche Technologien nutzen kann, aber das werden wir wahrscheinlich auch in Zukunft mit anderen Versicherungslösungen sehen. Als nächste News Story haben wir das Vice Rating. Über das Vice Rating habe ich ja auch schon gesprochen, das ist ein US-Anbieter, der Ratings im Normalfall für Aktien und ähnliche Finanzprodukte rausgibt, aber auch vor, ich glaube, knapp einem, eineinhalb Jahren angefangen hat, Kryptos zu bewerten. Das Vice Rating grundsätzlich bekannt dafür, dass wir das jetzt nicht sehr, in meinen Augen, objektiv raten, sondern es wird hier eben Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Cardano, IOTA sind jetzt auf den, sag mal, Top 5 bei Rating. Dann gibt es noch Adoption, Technology, Market Momentum und Investment Risk. Das heißt, sie haben hier unterschiedlichste Kategorien, wie sie Kryptos bewerten und neu soll jetzt Bitcoin ein A-, also ein sogenanntes Exzellent bekommen haben. Und das Spannende hier ist, grundsätzlich hat sich ja bei Bitcoin nicht viel verändert, bis auf den Preis. Also in den letzten, sag mal, sechs Wochen, acht Wochen hat sich in den Fundamentaldaten eigentlich gar nichts geändert. Was aber auf jeden Fall auf Bitcoins Seite ist, ist das ganze Momentum. Das heißt, wir haben hier eine Bewegung seit mehreren Wochen, die einfach positiv läuft. Die Leute sind wieder ein bisschen euphorisch unterwegs und das würde natürlich entsprechend das Rating hier anpassen. Finde ich aber ein bisschen einseitig, muss ich auch ehrlich sagen. Und deshalb, ihr wisst ja, ich bin ja selber auch an einem Rating dran, bin aber noch nicht dazu gekommen, das jetzt mal komplett fertigzustellen. Aber da werden wir auch einige Kategorien miteinander besprechen und auch einige Kryptos zusammen bewerten. In der Zwischenzeit, wie gesagt, das Vice-Crypto-Rating ist spannend, finde ich aber nicht komplett aussagekräftig. Also ich verstehe nicht, wie Bitcoin Cash hier zum Beispiel beim Market Momentum auf Platz 3 ist. Mixin auf Platz 5, also das ist so für mich ein bisschen Phantom hier bei Technology. Also es sind schon interessante Überlegungen oder Adoption, Dogecoin. Ist mir nicht ganz bewusst, wie hier vorgegangen wird. Aber wie gesagt, die bilden ihre Ratings nach eigenen Kategorien. Ich werde ein Rating nach meinen Kategorien vorstellen und dann können wir entsprechend darüber diskutieren. Und jetzt noch die größte News vom Tag. Binance wird ein neues Cloud-Projekt lancieren, die sogenannte Binance Cloud. Das hat Zhang Peng Zhao in einem Ask Me Anything, in einer Fragerunde vorgestellt. Was genau das bedeutet, wollte er aber nicht sagen. Was aber ersichtlich ist, ist, dass ein sogenanntes Senior Cloud Engineer gesucht wird bei Binance und entsprechend eine erfahrene Person für die Cloud-Technologie angestellt wird in der Zukunft. Wie genau oder was genau passieren wird bei Binance, wissen wir noch nicht. Es wird in den nächsten kommenden 5 bis 10 Tagen rauskommen und werden hier wahrscheinlich noch ein sehr, sehr spannendes Projekt sehen. Binance nach wie vor eines der Firmen, die in der Kryptowelt, ich sag mal, immer Vollgas gibt und immer neue Technologien, neue Features, neue Funktionalitäten bringt und entsprechend fokussiert ist. Von daher Binance Coin BNB, meiner Meinung nach auch immer wieder ein guter Tipp, dass man ein bisschen BNB im Portfolio hält. Einfach, weil man auch weiß, dass Binance, ich sag mal, in der Altcoin-Welt die Nummer 1 ist und auch Feature-mäßig eigentlich immer Gas gibt. Also das so ein bisschen als Montagsanfang bzw. Wochenanfang für euch. Gebt mir wie immer einen Daumen hoch, abonniert den YouTube-Kanal, abonniert auch den Podcast. Wir sehen uns morgen wieder. Macht's gut und bis dann.